abonniert haben und auch natürlich wieder, wie immer, kommentiert haben, das kennst ihr ja mittlerweile, machen hier jetzt mit. Und zwar bei diesem Video beim allerersten mit der ARRI. Dementsprechend schauen wir doch nach, wer gewonnen hat. Ich habe soweit schon alles eingegeben. Da tun wir jetzt auch gar nicht lang rum. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Zwei Gewinner wird es da eben geben. Hoffentlich haben die kommentiert, beziehungsweise abonniert. Das ist jetzt eher der Fall. Aber das sehen wir natürlich gleich. Immer eine gewisse Wartezeit, die hier gegeben ist. So, da haben wir doch den Konietzki. Schönes Video. Wir gehen zum Profil. Und auch der Icky-Lipse. Interessante Schreibweise. Kanal Info. Kanäle, da haben wir es, was ich suche. Und zwar es wäre für ihn hier wichtig, dass er mich hier... Da bin ich. Einmal. Und auch hier hat abonniert. Auch da gucken wir doch rein. Ja, da beide frische Abonnenten, beziehungsweise der eine, der andere weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber schön. Und freut mich für euch beide. Das heißt, ihr guckt einfach in euer Postfach. Ja. Ja.